Englisch ist mein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach? Englisch oder was? Tonnet ist mein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach. Was ist dein Lieblingsfach? Tonnet oder was? Einmal in der Oberland, Kunst und Politik. Zweimal in der Oberland, Geschichte und Deutsch. Zweimal in der Oberland, Kunst und Politik. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, bis zur nächsten Mal. Zweimal in der Oberland, Such die Welt auf. Such die Welt auf. Such die Welt auf. . Mal, 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 birer, mal, birer, Lars 순imal in der Woche zu viele Hauptaufgaben Was ist dein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach? Was ist dein Lieblingsfach? Mathe oder was? Was ist dein Lieblingsfach, Lieblingsfach, Lieblingsfach? Was ist dein Lieblingsfach? Sag dir was! Einmal in der Woche Machst du Englisch Arbeit Einmal, zwei Mal, dreimal, viermal, fünfmal mit Die mal in der Woche Zu viele Haft Zu viele Haft Aufgaben